Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 229. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und eigentlich wollten wir gestern die Folge aufgenommen haben, weil gestern vor neun Jahren ist auch die erste Folge von Hoaxzilla erschienen überhaupt. Tatsächlich am 18. Mai 2010. Aber unsere neuen Nachbarn in der Wohnung über uns hatten sich entschieden, mit dem Schlagbohrer zu arbeiten. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir so auf die Aufnahme unterbrechen mussten, dass das irgendwie nicht zielfühlend war. Deswegen also mit einem Tag Verzögerung die Jubiläumsfolge zum neunten Geburtstag von Hoaxzilla. Aber dafür wieder mal an einem Sonntag. Sonntag ist ja so ein bisschen auch der Hoaxzilla-Tag. So ganz halbtraditionell. Ja, früher war es ja natürlich so. Und ja, wir sind spät in diesem Monat und wir haben irgendwie offensichtlich dann doch eine Folge überspringen müssen. Das hat sicherlich private Gründe, das hatte gesundheitliche Gründe, das hatte was damit zu tun, dass der eigentliche Beruf maximal überhand genommen hatte bei uns beiden. Und ja, es ist dann irgendwann die Frage, wenn der Körper sich dann den Schlaf nimmt, den er braucht, man kann die Nächte nicht auch noch durcharbeiten. Deswegen ein bisschen verspätet, aber dafür hoffentlich dann für euch gefallen eine neue Episode. Und am Ende dieser Episode auch noch wieder ein kleines Gewinnspiel. Also auch wieder bis zum Ende möglichst dranbleiben. Jo, und dann wollen wir doch diese Jubiläumsfolge wie alle 228 Folgen vorher auch wieder mit einer Story beginnen. Die Story dreht sich heute um etwas, das die jüngeren Zuhörer unter euch da draußen vielleicht gar nicht mehr so genau kennen oder sich vielleicht sogar nicht mal gut vorstellen können. Es geht nämlich um die innerdeutsche Grenze. Und in Richtung dieser innerdeutschen Grenze ist ein Unteroffizier der Bundeswehr unterwegs auf einer Transitstrecke in Richtung Berlin, wird dann von einem Grenzbeamten der DDR herausgewunken. Und dieser spricht dann ganz freundlich mit ihm und sagt ihm unter anderem in diesem Gespräch auch herzlichen Glückwunsch zu ihrer Beförderung zum Feldwebel. Der Unteroffizier ist daraufhin ziemlich perplex und weiß gar nicht genau, was er darauf antworten soll. Denn er weiß gar nichts von so einer solchen Beförderung, setzt dann aber seine Reise wie geplant fort und landet irgendwann auf seinem Stützpunkt und findet da auf seinem Schreibtisch einen Brief vor, in dem ihm diese Beförderung zum Feldwebel mitgeteilt wird. Das heißt also, dieser DDR-Grenzbeamte, der ihn da herausgewunken hat, wusste wesentlich früher von dieser Beförderung als der Unteroffizier selber. Wenn die Geschichte stimmt. Wenn diese Geschichte stimmt und damit hast du schon eine schöne Einleitung in das Thema, denn es geht heute um ein Stück deutsche Geschichte, so muss man es formulieren. Und dann wollen wir doch mal durchstarten. Thema der Woche Tränen über den vorzeitigen Rücktritt des SPD-Vorsitzenden. Seine Entscheidung hatte Brandt damit begründet, dass er die Partei vor verwirrenden und belastenden Diskussionen in einem Jahr wichtiger Landtagswahlen entlasten wolle. Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen. Ja, was ihr da gehört habt, war die Erklärung von Willy Brandt zu seinem Rücktritt am 7. Mai 1974. Als Bundeskanzler trat er damals zurück von seinem Amt und einer der vermutlich mit Hauptgründe für diesen Rücktritt war tatsächlich eine Spionageaffäre. Kann man sich kaum vorstellen, aber ein Spion der DDR hat es bis ins Bundeskanzleramt, also ganz nah an den Bundeskanzler heran geschafft und hat da über einen nicht unerheblich langen Zeitraum hinweg Einblick in wichtige Dokumente, in den gesamten Briefverkehr, in die Kommunikation des Bundeskanzlers erhalten, war bei geheimen Besprechungen mit dabei, hat die Familie in den Urlaub begleitet und war also wirklich nah dran am Geschehen und konnte entsprechende Informationen auch in die DDR an das Ministerium für Staatssicherheit zurückleiten. Ein Spion im Zentrum der Macht eines demokratischen Landes in Bonn, damals natürlich 70er Jahre vor der Wiedervereinigung Bonn als Hauptstadt der BAD, also Westdeutschlands zur damaligen Zeit. Und wir wollen mit dieser Episode auch aufgreifen, dass ihr euch immer mal wieder etwas gewünscht habt zum Thema Spionageagenten. Das können wir, glaube ich, an dieser Episode hier mal ein Stück weit festmachen. Und zum anderen wird uns ja auch immer wieder der Vorwurf, der nicht richtige Vorwurf, weil er ein falscher Vorwurf ist, aber der Vorwurf gemacht, wir würden niemals über echte Verschwörungen sprechen und wir würden immer sagen, es gäbe gar keine echten Verschwörungen. Was Quatsch ist, weil es nicht stimmt. Genau, diese Spionageaffäre ist sicherlich im engsten Sinn, also jeglicher Definition eine Verschwörung, die da stattgefunden hat. Und das Ganze ist dem einen oder anderen, wird es jetzt schon längst auf der Zunge liegen, als Guillaume-Affäre in die Geschichte eingegangen. Warum Guillaume-Affäre, der von dir schon beschriebene Spion, Alexa, war Günther Guillaume, das war der Name des Spions. Seine offizielle Bezeichnung in der DDR lautete Offizier im besonderen Einsatz und seine Spionagetätigkeit gehörte also mit zu den aktiven Maßnahmen, die die DDR durchaus im Rahmen der Spionagetätigkeit angestrebt hat. Und dass er und auch seine Frau Christel so nah an den Bundeskanzler herankommen konnten, war im Prinzip für die DDR wie ein Sechser im Lotto. Und die Informationen, auch wenn man jetzt im Nachhinein zu der Bewertung gekommen ist, dass das, was er zurückgeleitet hat, gar nicht mal so wichtig und entscheidend gewesen ist. So war doch einfach die bloße Tatsache, dass er im Bundeskanzleramt spionieren konnte. So gravierend, dass das eben auch ein Faktor für den Rücktritt von Willy Brandt letzten Endes gewesen ist. Aber wir haben es schon gesagt und wir werden nachher nochmal detaillierter darauf eingehen, es war eben nicht der einzige Faktor. Vielleicht für allejenigen, die ja nach 1989 geboren sind, die vielleicht gar nicht mehr so ungefähr vorstellen können, wie das war, in einem Europa zu leben, das nicht nur innereuropäische Grenzen hatte. Die haben wir glücklicherweise, auch wenn das einige Spinner nicht mehr oder wieder zurückhaben wollen, haben wir die ja nicht mehr. Das Schengen-Ankwürmen hat ja das Reisen durch Europa maximal erleichtert. Zu der Zeit, zu der die Geom-Affäre spielt, war die Situation eine komplett andere. Es gab den eisernen Vorhang und es gab Ost-West, es gab Kapitalismus gegen den Kommunismus, es gab den Kalten Krieg, es gab Diskussionen über Atomwaffen in Europa, die stationiert wurden, sowohl von den US-Amerikanern als auch von den Russen. Und es gab mehr als einmal Gelegenheiten, wo dieser Kalte Krieg fast umzuschlagen drohte in einen heißen Krieg. Also das heißt, diese Angst vor den Atomwaffen, vor einem Atomkrieg, vor einem Dritten Weltkrieg war so real, dass man sich diese Gemengelage, also aus heutiger Sicht, wenn man das nicht bewusst mitbekommen hat, kaum noch vorstellen kann. Also wir denken immer, wir leben in unsicheren Zeiten, aber das ist ein Trugschluss. Also eigentlich sind die Zeiten, vor allen Dingen hier in Europa, relativ sicher im Moment und das liegt natürlich auch und hier noch ein kurzer Hinweis auf etwas, das mir sehr am Herzen liegt, an unsere EU, die gute Alte. Also problembehaftet sie im Detail und in der Politik auch sein mag, ist es doch einfach ein Zeichen dafür, dass die Mächte, die vor wenigen Jahrzehnten noch Krieg gegeneinander geführt haben, heute mehr oder weniger gut, aber auf jeden Fall zusammenarbeiten. Friedlich vor allen Dingen. Friedlich zusammenarbeiten und zusammenleben und das ist eine so großartige Errungenschaft, dass man das einfach nur mit den demokratischen Mitteln, die jeder von uns einfach hat und wahrnehmen kann und muss, unterstützen muss. Also ihr da draußen, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, aber wenn es noch vor der Europawahl ist, geht verdammt nochmal wählen. Und wählt nicht Leute, die Europa letzten Endes zerstören wollen. Um noch ein bisschen das Bild zu beschreiben und deutlich zu machen, warum Spionage auch ein großes Thema war, du hast die Geschichte, die Story der Woche ja schon beschrieben von einem westdeutschen Soldaten, der nach Ostdeutschland reist und da an der Grenze aufgehalten wird. Auch hier muss man sich das nicht vorstellen, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie es heute ist, wenn man innerdeutsch reist, sondern es gab vor allen Dingen, wenn man nach Berlin wollte, ja nur die Möglichkeit durch die DDR nach Berlin zu reisen. Das heißt, es gab die sogenannten Transitstrecken und das waren ja fast gespenstische Autobahnen, auf denen man dann fuhr. Man hatte auch eigentlich nicht die Möglichkeit großartig diese Autobahnen zu verlassen, also mal eben irgendwo anhalten, war gar nicht, sondern man fuhr dieser Transitautobahn, um dann irgendwann durch ja fast Feindesland durchgefahren zu sein, um dann wieder in Berlin anzukommen. Das durften auch gar nicht alle, je nachdem, wen die DDR nicht dort haben wollte, der durfte auch gar nicht diese Transitstrecken benutzen. Dann blieb nur der Flug nach Berlin, eben der Weg über oben drüber über das Land und vielleicht auch nochmal, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie die Lage war. Aber es gab einen Schießbefehl an der Grenze, das heißt, ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger, die das Land verlassen wollten, was nicht gewünscht war in weiten Fällen, mussten ihr Leben zum Teil riskieren und haben auch ihr Leben riskiert, um nach Westdeutschland zu gelangen, weil sie an der Grenze im Zweifelsfall auch erschossen worden sind. Und Situationen, die wir heute eigentlich eher so von Nordkorea, Südkorea kennen, aber das waren zwei deutsche Staaten, ob der eine Staat den anderen anerkannt hat, werden wir auch noch erörtern, aber und dieser Riss durch Deutschland war, glaube ich, aus unserer heutigen Sicht, wenn man es nicht mit erlebt hat, kaum nachzuvollziehen. Vielleicht bevor wir mit der Guillaume-Affäre selber starten, noch ein, zwei Worte über die Spionage und informationspolitische Tätigkeit der DDR insgesamt. Denn es hat durchaus immer wieder Bestrebungen gegeben, durch gezielte Informations- und Desinformationskampagnen einzelne Personen und den Westen insgesamt zu diskreditieren und das treibt erstaunlicherweise bis heute seltsame Blüten. Die DDR hat sich zum einen darauf konzentriert, in der BRD die Personen und die politischen Akteure anzugreifen, die ihre Wurzeln noch im nationalsozialistischen Regime hatten. Und da darf man sich keine Illusionen machen, da gab es Angriffspunkte in Hülle und Fülle. Das heißt also, da konnte die DDR durchaus auch wirklich auf Fakten zurückgreifen. Man hat also diese Fakten genommen, hat gesagt, Politiker XY hat während der Nazi-Diktatur die und die Funktionen gehabt, hat die und die Rolle gespielt. Und hat dann aber in dem Augenblick, wo eventuell nicht genügend Informationen oder Beweise oder Belege zur Verfügung standen, auch nicht davor zurückgeschreckt, diese eben herzustellen, eventuell auch zu fingieren und zu fälschen, sodass dann eben ein politischer Skandal inszeniert werden konnte. Das heißt also, man hat diese Kampagnen aufgebaut, ganz, ganz oft auf Fakten, hat diese Fakten dann aber angereichert mit falschen Informationen und hat die ganze Sache so aufgebauscht, da wo man es aufbauschen wollte und das Gefühl hatte, man müsste das jetzt so machen. Das war die eine Sache und hat eigentlich weniger Auswirkungen als zum Beispiel eine andere Kampagne bis heute, nämlich die Lancierung einer Verschwörungstheorie, die bis heute in entsprechenden Kreisen bekannt ist, nämlich dass AIDS in den Versuchslaboren der USA entstanden ist. Also es ist ganz klar belegt heute, das kann man gut recherchieren, dass das eine Kampagne von KGB und DDR-Geheimdiensten gewesen ist, die da in die Welt gesetzt wurde und im Prinzip der Grundlage doch entbehrt, aber man wird heute wahnsinnig viele Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsgläubige oder Leute, die Verschwörungsmythen eben vorantreiben oder verbreiten, finden, die genau dieser ganzen Geschichte weiterhin anhängen. Und das eben auch so weiter verbreiten. Also man müsste jetzt eigentlich noch eine Huxilla-Folge, vielleicht machen wir das irgendwann mal zur sogenannten AIDS-Lüge machen, weil man das relativ gut nachvollziehen kann. Deshalb will ich jetzt nicht im Einzelnen alle Details aufrollen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Kampagne, die bis heute Auswirkungen hat von der DDR. Und das heißt also, natürlich war auch die BRD in der DDR spionagemäßig tätig. Klar, das soll man hier nicht einfach unter den Teppich kehren oder unter den Tisch fallen lassen. Aber eben die Bestrebungen der DDR waren doch recht gezielt. Und teilweise haben die auch wirklich so ein Playbook gehabt, was bis heute eine gewisse Relevanz hat und haben Vorgehensweisen etabliert, die teilweise bis heute noch genutzt werden. Ziel beider Staaten, beider Ideologien muss man ja sagen, Kapitalismus gegen den Kommunismus, war es letztendlich ja schon, Deutschland wieder zu vereinigen. Jeweils unter dem gegebenen Regime natürlich. Das ist die Idee. Ähnlich sieht es ja auch Nordkorea. Nordkorea würde sich gerne wieder, vor allen Dingen mit Südkorea. Allerdings natürlich dann unter dem kommunistischen Kim-Regime und nicht unter einem demokratisch-westlich geprägten, amerikanisch geprägten Südkorea- und südkoreanischen demokratischen System. Und in den 60er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg direkt, also bis zum Amtsantritt von Willy Brandt eigentlich, gab es eine ganz, ganz harte Linie, dass man die DDR auf keinen Fall als Staat anerkennen wollte im Westen, insbesondere in Deutschland nicht. Sogar die Beziehungen waren unter diesem Vorzeichen recht angespannt. Genau, denn jede Form einer diplomatischen, einer politischen Beziehung mit der DDR wäre ja ein Eingeständnis gewesen, dass es einen zweiten deutschen Staat gäbe. So weit wollte man nicht gehen. Es hat ja auch bis zur Wiedervereinigung zum Beispiel keine Botschaften gegeben in den jeweiligen Ländern. Ja, also im Grundgesetz ist ganz eindeutig das Wiedervereinigungsgebot verankert. Das ist in einer Präambel festgelegt. Das heißt also, alle Beziehungstätigkeiten zwischen BRD und DDR müssen seitens der BRD davon geprägt sein, diese Wiedervereinigung voranzutreiben und nichts sozusagen in die Welt zu setzen oder nichts festzuzurren, was eben diese Wiedervereinigung in irgendeiner Weise gefährden könnte. Du hast gerade gesagt, also völkerrechtliche Anerkennung der DDR seitens der BRD vollkommen ausgeschlossen und man hat dann, also da greifen wir vielleicht schon ein bisschen vor, aber wir können ja vielleicht jetzt schon ein paar Worte zur Politik von Willy Brandt sagen, der Bundeskanzler unter dem Guillaume seine Spionagetätigkeit ausgeführt hat. Willy Brandt ist auch gestartet als jemand, der durchaus gegen die DDR arbeiten wollte, also gegen dieses Regime. Innerhalb der SPD ist er ein Sozialdemokrat durch und durch, vielleicht in Abgrenzung von auch sozialistisch-kommunistischen Strömungen in seiner eigenen Partei. Also ist er jemand, der sich sehr, sehr stark eben die Sozialdemokratie auf die Fahnen schreibt und hat auch dementsprechend dann eine Politik betrieben, zunächst im Hinblick auf die DDR, die eine Entspannung nicht unbedingt gefördert hat. Ist dann aber letzten Endes als Bundeskanzler auf einen Entspannungskurs umgeschwenkt und hat dann 1972 auch unter seiner Ägide den Grundlagenvertrag vorangetrieben. Und dieser Grundlagenvertrag ist im Prinzip eine Festschreibung der Art und Weise, wie die BRD Beziehungen zur DDR ausführen wollte, aufbauen wollte. War also geprägt von einem Festzuchen von guten nachbarschaftlichen Beziehungen und du hast vorhin gesagt, also keine Botschafter austauschen, das ist ganz klar. Das war auch da eben Bestandteil des Vertrages, aber es wurde festgelegt, ständige Vertretungen einzurichten. Also sowohl seitens der BRD in der DDR als auch umgekehrt. Manche von euch kennen vielleicht das entsprechende Lokal oder die Kette von Lokalen, die man überall in einigen deutschen Städten besuchen kann. Also das ist so eine Anspielung eben auf genau diese Einrichtungen. Und dieser Grundlagenvertrag ist dann von der CDU-CSU stark in die Kritik genommen worden. Und man hat sogar versucht, das vom Bundesverfassungsgericht anzufechten, das ganze Ding, was aber letzten Endes gescheitert ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann eben gesagt, nee, das widerspricht dem Wiedervereinigungsgebot, das im Grundgesetz verankert ist, eben nicht. Also das schließt das nicht aus, dass wir weiterhin eben auf die Wiedervereinigung hinarbeiten. Aber Brandt hat eben eine Politik betrieben, die eher eine der Entspannung gewesen ist. Also wir alle erinnern uns an den Kniefall in Warschau, entweder aus dem Geschichtsunterricht oder weil man das eben noch mitgekriegt hat damals. Also Brandt hat schon, hat ja auch 1971 den Friedensnobelpreis dann für diese Politik bekommen. Also er hat da schon sehr, sehr eben zur Entspannung beigetragen. Und es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen absurd, dass ausgerechnet dieser Bundeskanzler, der ja von der DDR letzten Endes auch unterstützt wurde, zum Beispiel beim Misstrauensvotum 1972 und zwar wirklich aktiv von Markus Wolf auch unterstützt wurde, der zwei Abgeordnete quasi gekauft hat, die dann eben nicht das Misstrauen ausgesprochen haben und für seinen Gegner gestimmt haben, sondern für Brandt. Und der so gestützt wurde, dass ausgerechnet dieser Bundeskanzler eben einen DDR-Spion genau neben sich sitzen hatte. Es gibt ja sogar Stimmen, die behaupten, dass im Rahmen des Misstrauensvotums, das es gegen Willy Brandt gegeben hat, während seiner ersten Kabinettszeit als Bundeskanzler, Stimmen der CDU von der damaligen DDR gegen Geld gekauft worden sind. Ja, das ist auch hinterher tatsächlich belegt worden. Also die sogenannte Wienand-Affäre ist ganz gut aufgerollt. Weil man dann in der DDR festgestellt hatte, man wollte lieber Willy Brandt im Amt belassen, nicht dieses Kabinett stürzen lassen und hat dann Stimmen gekauft. Auch hier sehen wir die Einflussnahme der DDR auf die westdeutsche Politik, auf die damalige. Und damit hat sich Willy Brandt in der damaligen Zeit, heute würde man sagen, ja, natürlich visionär, so sollte es sein. Er selber sprach ja auch immer von der Vision, von der Wiedervereinigung als seiner Vision für Deutschland. Das war überhaupt nicht gut angesehen. Und du hast schon gesagt, das politische Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg sicherlich auch sehr, sehr, sehr rechtskonservativ. Also bei weitem nicht modern und aufgeschlossen und demokratisch, wie wir uns das vorstellen, sondern Deutschland eher so ein sehr konservativ geprägtes Land. Und die ersten Jahre unter Adenauer, ja auch wirklich CDU-Regierung, das waren Zustände, wie wir sie vielleicht von Kohl oder heute von Frau Merkel kennen, langjährige CDU-Bundeskanzler. Und dann eben der Sozialdemokrat Willy Brandt, der mit ganz neuen Ideen kam. Mit ganz neuen Ideen, die aber auch natürlich vom Volk, gerade von der jüngeren Generation eingefordert wurden. Also wir haben ja kurz vorher die 68er-Bewegung, die dann letzten Endes gipfelt im Entstehen der RAF. Und wir leben da schon in einer Zeit, in der mit diesen ganzen überkommenen Vorstellungen und diesen überkommenen politischen Vorstellungen vor allen Dingen aufgeräumt werden sollte. Also gerade von den Studenten des Landes ging natürlich Ende der 60er-Jahre eben so eine Art Revolution tatsächlich aus. Ohne jetzt tatsächlich zu sehr in die deutsche Geschichte abzutrauen. Aber man merkt, wie vielleicht viel interessant deutsche Geschichte hier auch sein kann, oder Geschichte generell ist ein sehr interessantes Thema. Du sprichst die 68er, die Studentenbewegung an, eine quasi außerparlamentarische politische Positionierung junger Menschen in Deutschland. Und wer in den letzten Wochen mal aufgepasst hat, stellt gerade fest, dass wir sowas gerade wieder haben. Hier ist es jetzt, damals war es das Thema Friedensbewegung in den 68er, Ost-West-Konflikt, Kalter Krieg und die rechtskonservative, zurückgewandte Politik der BRD in der Kritik. Heute sprechen wir über das Klima und sehen Schülerinnen und Schüler, die demonstrieren gehen dafür, dass die Zukunft uns Planeten letztendlich gesichert ist und dass nicht mehr wirtschaftliche Belange vor Belangen des Klimas zum Beispiel gestellt werden. Und man sieht also, dass es eigentlich nichts gibt, was es nicht schon mal in der Geschichte gegeben hat. Und man sieht auch, dass man mit der Betrachtung von Geschichte immer mal wieder auch Dinge, die heute stattfinden, erklären kann. Weil es so zu sein scheint, dass es immer mal wieder Wellenbewegungen gibt, in denen gesellschaftliche Dinge sich auch wiederholen. Und wir wollen hoffen, dass sich eher die positiven Aspekte, die zu einer Modernisierung des Landes wiederholen und nicht negative Aspekte auf die Welt, aber wirklich nicht mehr eingehen wollen. So, jetzt haben wir, ich weiß nicht, das war jetzt eine wie lange Einordnung oder Einleitung, keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier auf dem Tacho steht. Kommen wir zu Guillaume. Kommen wir zu Guillaume. Günther Guillaume, der Top-Spion der DDR später. Und man muss mal sagen, damit hat die DDR eigentlich nicht gerechnet. Also wer jetzt sagt, okay, das war natürlich perfekt orchestriert, dass der da gelandet ist. Ganz so war es nicht. Deswegen müssen wir uns ganz kurz Günther Guillaume mal anschauen als Mensch. 1927 geboren, mit 17, 18 Jahren im Zweiten Weltkrieg als Flagghelfer tätig, also wirklich den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Es gibt Berichte, wie belegt die sind, weiß man nicht, dass er sogar Mitglied der NSDAP gewesen sein soll. Kehrte dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin zurück und wurde dann später von dem MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit, angeworben. Genau, und der Hauptverwaltung Aufklärung, sozusagen der Auslandsgeheimdienst der DDR. Ja, und das ist dieses Angeworben, das war so 54 ungefähr, dass er dann als IM, als inoffizieller Mitarbeiter eingetragen worden ist. Das war letztendlich so, wenn man als Agent ausgebildet wurde, also der Begriff von MFS und HVA angeworben, dann war man plötzlich Spion ein Stück weit. Jetzt muss man nur unterscheiden, dass es natürlich eine ganze Reihe von IMs in der DDR gab. Das heißt, viele, viele Menschen haben da spioniert und wer mal einmal die Gelegenheit in seinem Leben gehabt hat, Stasi-Akten sich anzuschauen, das ist wirklich erschreckend, was da stattgefunden hat an Denunziationen in diesem Land. Bei Guillaume und auch seiner Frau Christel, also Günther Guillaume und Christel Guillaume, ging das aber noch einen Schritt weiter, denn die beiden wurden tatsächlich dann auch, das hast du gerade schon gesagt, in der Beteiligung des HVA, in Spionasetätigkeiten ausgebildet, konkret. Dazu kam eigentlich dem DDR-Regime zu Hilfe, dass die Schwiegermutter von Guillaume, also die Mutter von Christel, Niederländerin war und schon in Frankfurt am Main sozusagen vorging in die BRD und dann in Frankfurt am Main Wurzeln schlug. Und das führte dann dazu, als man dann die beiden flüchten lassen wollte, Christel und Günther, dass die beiden diese Institutionen umgehen konnten, in denen normalerweise DDR-Flüchtlinge erstmal bleiben oder geblieben sind, wo man eventuell auch ihren Background durchleuchtet hätte. Das heißt also, sie haben im Prinzip eine Abkürzung genommen, also sie wurden in die BRD geschickt, es war als Flucht getarnt, aber sie haben dann relativ schnell eben ihren Wohnsitz in Frankfurt am Main gehabt. Genau, 1956, diese angebliche Flucht zur Mutter der Ehefrau von Günther Guillaume und mit Hilfe des MFS und ein bisschen Startkapital von 10.000 D-Mark, zur damaligen Zeit nicht ganz wenig Geld, gründeten sie dann einen Kaffee- und Tabakeladen in Frankfurt, Boom am Dom. Und damit war die bürgerliche Existenz im Westen für diese beiden Spione eingeführt. Der Laden selber diente dann auch zum Teil als Umschlagplatz für Informationen zum Teil. Das heißt, da gingen dann auch DDR-Agenten ein und aus, aber Günther und Christel Guillaume wurden auch ausgebildet darin, Verfolger abzuhängen. Man nutzte tote Briefkästen, also Mauerlücken oder Löcher oder in Bäumen oder was auch immer, wo man Material platzierte und dann in regelmäßigen Abständen ein anderer Agent sich diese Informationen dann abholte. All das war das Geschäft von Günther und Christel Guillaume. Und jetzt wird es wirklich ein bisschen spannend und ein bisschen so, wie man das so in Filmen kennt. Also die beiden haben dann schon ihre Spionagetätigkeit aufgenommen. Günther ist dann ab 64 hauptamtlich als Parteifunktionär in der SPD tätig gewesen. Also die Karriere war schon so im Entstehen im Prinzip. Und 1957, also soweit sozusagen alles wie geplant, 1957 kommt dann ein Ereignis zum Tragen, was nicht so ganz geplant ist, nämlich der Sohn Pierre kommt zur Welt. Und man hat schon öfter Ehepaare gehabt, die eben zusammen Spionagetätigkeit aufgenommen haben. Aber man hat ihnen immer empfohlen, kinderlos zu bleiben. Das hat ja zwei Aspekte gehabt. Gerne hat die DDR Ehepaare in den Westen geschickt, weil man natürlich vermeiden wollte, dass ein Agent, der in den Westen geht, sich dort unter Umständen verliebt. Unabhängig davon, ob Männlein, Weiblein oder in welcher Kombination. Wobei das teilweise natürlich auch andersrum komplett geplant war. Angesetzt war, aber typischerweise, dann waren die darauf angesetzt, Affären zu starten. Man wollte nämlich vermeiden, dass man eventuell den Lebensmittelpunkt dann tatsächlich im Westen hatte. Denn irgendwann musste man ja damit rechnen, dass die entweder enttarnt werden oder man sie wieder abzog und zurück in die DDR holen wollte. Und wenn man verheiratet war, war das eben schwieriger mit einem westdeutschen Bürger oder westdeutschen Bürgerinnen, als wenn man ein Ehepaar rüberschickte. Und was aber jetzt hinzukam, war, dass das, was du sagtest, wenn man denn schon die Paare rüberschickte, was eigentlich bevorzugt war von der DDR-Spionage vom HVA, dann eben möglichst keine Kinder, damit die Kinder auch nicht ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, in Westdeutschland dann hatten. Und dann entsprechend sozialisiert sind. Und die man dann hätte zurückholen sollen. Denn es war natürlich völlig klar, dass man so einem Kind nicht sagt, was der eigentliche Beruf der Eltern ist. Das wäre natürlich nicht gelungen. Ja, so wurde also der Sohn geboren. Und du hast gerade schon gesagt, also Guillaume trat in die SPD ein, gehörte da eher zum rechtskonservativen Flügel der SPD zunächst mal dazu. Also rechtskonservativ ist vielleicht zu viel, aber konservativ. Genau, rechtskonservativ wäre jetzt Quatsch in der SPD, aber dem konservativen Flügel der SPD an. Und Christel Guillaume war zunächst mal die spannendere Spionin für die DDR, weil sie nämlich als Sekretärin im Parteibüro der SPD Hessen tätig war und dann natürlich viel vom Briefverkehr mitbekam. Und zunächst mal war Christel die erfolgreichere Spionin, weil sie an den Schriftstücken dran saß und die auch zum Teil tippte. Aber Günther Guillaume machte in der SPD Karriere. Er war aktiv, er war freundlich, er war bemüht und er hat offensichtlich viel gearbeitet als Parteimitglied. Und konnte gut organisieren. Und konnte gut organisieren, das war ein Talent, was er hatte. Er hat dann sich hervorgetan im Wahlkampf von Georg Leber, also es war der Bundesminister für Verkehr 1969 und ist dann von ihm empfohlen worden an die Abteilung Wirtschaftsfinanz und Sozialpolitik, des Bundeskanzleramts und ist dann 1972 tatsächlich persönlicher Referent von Brandt geworden. Das heißt also, die Karriere, die er gemacht hat, war durchaus steil. Und die ganze Zeit über ist er tatsächlich von Leuten, die ihn kannten, als jetzt nicht so der große Visionär oder Ideologe beschrieben worden. Und unter Umständen auch deswegen nicht als Ideologe, weil er sich vielleicht ein bisschen zurückgehalten hat. Und natürlich als relativ unverdächtig erscheinen wollte. Also er hat sich eher durch Fleißarbeit, Organisation, kleine Aufmerksamkeiten, Freundlichkeit und so weiter hervorgetan. Und nicht unbedingt jetzt als jemand, der die Sozialdemokratie von Grund auf irgendwie verändern wollte oder vorantreiben wollte oder wie auch immer. Also er war mehr so ein Arbeitstier halt und war dann aber im Bundeskanzleramt natürlich total nah dran am Geschehen und hat dann seine Tätigkeit sehr gut ausführen können. Eine ganze Weile, ungefähr ein Jahr lang, ohne dass jemand Verdacht, also wirklich konkret Verdacht geschöpft hat. Also man muss sich jetzt erstmal vorstellen, 1969 Willi Brandt, der erste SPD-Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Davor alles Bundeskanzler, die von der CDU gestellt wurden. Und wenn natürlich so ein Regierungswechsel stattfindet, muss natürlich auch das Personal, was in so einem Bundeskanzleramt arbeitet, dann auch komplett durchgewechselt werden. Ist das Kabinett von der gleichen Regierung, ist der Wechsel nicht ganz so dramatisch. Da können auch Personen auf ihren Arbeitsplätzen unter Umständen verweilen. Aber natürlich, wenn es einen kompletten Regierungswechsel gibt, muss durchgetauscht werden. Und du hast gerade schon gesagt, Georg Leber hat ihn dann 1969, also in dem Jahr, in dem dann ja auch Willi Brandt Kanzler wurde empfohlen. Und natürlich wurde jetzt Gunther Guillaume geprüft. Das ist natürlich völlig klar. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Und ich weiß, mein eigener Vater hat vor vielen, vielen Jahren damals noch im Kanzleramt in Bonn mal in seinem Beruf als Werksbaumeister für Wasser und Gas das eigene Wasserwerk, was auf dem Gelände des Bundeskanzleramtes sich befunden hat, weil die eine eigene Trinkwasseraufbereitung da hatten in Bonn, saniert im Rahmen eines Auftrags. Und das hat ewig und drei Tage gedauert, bis der durchleuchtet worden ist, geprüft worden ist und bis er dann Zugang auf dieses Gelände haben durfte. Denn der war halt am Trinkwasser des Bundeskanzlers dran in seinem Beruf. Und da musste natürlich auch jemand dann ausführlich durch Polizei und Staatsschutz und andere Einrichtungen geprüft werden. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand also im Kanzleramt an geheimen Dokumenten arbeitet, dass der natürlich auch geprüft wurde. Und Günther Guillaume, das war ja bekannt, stammte aus der DDR. Es war ja nicht geheim, dass der 1956 aus der DDR in den Westen geflüchtet ist. Und irgendwie ist es aber gelungen, all diese Kritikpunkte wegzuwischen. Es gab durchaus Stimmen, die gesagt haben, muss der unbedingt im Kanzleramt arbeiten. Das gab es ja durchaus. Egon Bahr seinerzeit als Kanzleramtsmitarbeiter war sehr, sehr, sehr skeptisch und hat nochmal eine handschriftliche Notiz auch wohl eingereicht. Dann darf der Stand, mag ja ein toller Typ sein und der mag auch ganz fleißig sein, aber muss der im Bundeskanzleramt arbeiten? Und wie es dann manchmal so ist, und deswegen funktionieren Verschwörungen ja auch in der Regierung meistens nicht, ist das halt durchgerutscht. Weil irgendwer gesagt hat, ach passt schon. Menschliches Versagen. Menschliches Versagen. Die Verdachtsmomente gegen Günther Guillaume sind nicht so sehr gewichtet worden, wie sie hätten gewichtet werden müssen. Bis Mitte 73. Genau. Also zunächst mal 72 war er im Bundeskanzleramt als Referent tätig. Und das war natürlich in den Reihen der DDR. Ja, da werden wahrscheinlich der ein oder andere Rotkäppchen sechs Korken geknallt sein in der damaligen DDR. Ja, denn man hatte jetzt einen Spion am Zentrum der Macht platziert und hatte jetzt natürlich die Hoffnung, auch im Hinblick auf den Kalten Krieg und die deutsch-deutsche Entwicklung ganz, ganz dicht dran zu sein. Und unter Umständen ganz idealerweise Einfluss nehmen zu können, eventuell auf die Regierung. Und das war eine sehr, sehr, sehr besondere Situation. Und man muss sich heute mal vorstellen, wie das so wäre, wenn man nachweisen würde, dass der Referent eines, wie sagen wir, Staatsoberhauptes, so das Wort fehlte mir, Regierungsoberhauptes, in dem Fall ist ja der Bundeskanzler bei uns, ja, ein Spion direkt mit bei sich in den Büros sitzen hat. Das ist schon auch eine sehr, sehr besondere Situation. Das auf jeden Fall. Ab Mitte 1973 dann allerdings erhärtet sich der Verdacht und da ist der Bundesnachrichtendienst ganz vorne mit dabei. Dass mit Günter Guillaume und auch mit Christel Guillaume etwas nicht stimmt, denn man hat Funksprüche entschlüsselt, die da die Verdachtsmomente doch erhärten. Es handelt sich da um Geburtstagsgrüße. Man hat dann die Geburtsdaten abgeglichen und ist dann irgendwie den Guillaumes auf die Spur gekommen und ein Funkspruch. Und da sind wir wieder bei dieser besonderen Situation mit einem Kind dieses Spionage-Pärchens. Als nämlich so ein Pär 1957 geboren wurde, da hat ihm das MFS, hat ihm die Abteilung, die HVA eben auch zur Geburt gratuliert. Also Glückwunsch zum zweiten Mann lautete der verschlüsselte Funkspruch, den man dann entschlüsselt hat. Und das waren alles Dinge, die ja natürlich letzten Endes dazu führten, dass klar war, dass man sich da ein Kuckucksei ins Nest gelegt hat. Und jetzt wird es irgendwie total verrückt. Anstatt sofort zu handeln, hat man sich gesagt, nee, wir brauchen erst nochmal konkretere Hinweise, belastbare Beweise, die auch vor Gericht funktionieren würden. Deswegen lassen wir die Situation erstmal so. Also natürlich hat man den Bundeskanzler informiert und jetzt gibt es Stimmen, die sagen, ja, er hat das so ein bisschen beiseite gewischt, weil er sagt, irgendwie so Anschuldigungen gibt es immer wieder mal gegen meine Leute. Ich warte erstmal ab. Und es gibt aber auch Hinweise darauf, dass er dann so ein bisschen den Detektiv gespielt hat, bis hin zu Situationen, wo er so Haare platziert hat und dann geguckt hat, ob die vielleicht bewegt werden, irgendwie, wenn Dokumente verrückt werden oder angeguckt werden. Was aber letzten Endes alles irgendwie nicht wirklich Ergebnisse gebracht hat. Und das Absurde ist, dass die ganze Zeit über bis zur Verhaftung von Guillaume und seiner Frau 1974 im April, am 24. April, das Verdachtsmoment noch nicht so ganz konkret gewesen ist. Also man hatte Indizien, man hatte Hinweise, aber belastbare Beweise hatte man nicht wirklich. Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz zurückspulen, weil du bist da so drüber gegangen, über die Geburtstagsglückwünsche und deswegen, ich wollte dich jetzt aber auch nicht unterbrechen, man muss jetzt sagen, wir haben Funksprüche. Wir haben in einer Huxilla-Episode in der Folge 83 nämlich, genau darüber nämlich schon gesprochen, das war am 1. April 2012, man glaubt es kaum, wie lange das schon wieder her ist, da haben wir über Zahlensender gesprochen, über Frauenstimmen, die über Kurzwelle Zahlenkolonnen heruntergebetet haben. Und so ganz genau war immer nicht klar, wer steckt dahinter. Heute weiß man natürlich, und damals wusste man es auch schon, dass Teile dieser Zahlensender durchaus Spionage-Mitteilungen der DDR gewesen sind. Und wir können da nochmal ganz kurz reinhören, wie so ein Zahlensender klingt. Ja, der eine oder andere wird sich ändern und ihr könnt gerne nochmal die Folge zu den Zahlensendern euch anhören. Ich finde ja immer, das klingt total gruselig. Fünf, vier, naja, wurscht. Also da war dann eben genau dieser Glückwunsch zum zweiten Mann und nicht nur das, sondern es gab mehrere Botschaften sogar noch und es verdichtete sich aber genau, wie du sagst, das hat noch nicht gereicht, ihn zu verhaften. Weil man jetzt sagte, ja, das sind die wahrscheinlich gewesen und es passt zum Geburtsdatum des Sohnes. Aber ob das reicht, jemanden zu verurteilen, wir müssen den quasi in flagranti erwischen. Das ist so wie der gehörte Ehemann, der dann den Liebhaber noch im Bett erwischen möchte, fast möchte man meinen. Und es gab also die dringende Empfehlung an Willy Brandt, das erstmal laufen zu lassen. Und das war ein großer Kritikpunkt, dass man da nicht agiert hat und dass Willy Brandt natürlich als verantwortlicher Bundeskanzler nicht agiert hat. Er hat es an die Seite gewischt, aber er hat natürlich auf die Empfehlungen zunächst mal gehört. Man kann jetzt sagen, der hätte auch anders reagieren können, hat er aber nicht. Und im Gegenteil, er hat sogar die Guillaumes noch mit in den Urlaub genommen, in diesen Norwegen-Urlaub, diesen berühmten. So, das war jetzt also dann das Abgefahrenste, das war ein gemeinsamer Urlaub geplant und damals wie heute natürlich, wenn ein Bundeskanzler in den Urlaub fährt, läuft die Arbeit ja weiter. Gerade, wie gesagt, Kalter Krieg, es gab immer wieder Telefaxe und Telexe mit wichtigen Informationen, die Politik läuft weiter, die Weltpolitik macht ja nicht einfach Urlaub. Und natürlich nimmt man da typischerweise einen gewissen Mitarbeiterstab dann mit in den Urlaub, der mitarbeitet. Und Günther Guillaume war nun mal Referent. Und man war dann in Norwegen, auf Deutsch gesagt, am Arsch der Welt. Also da waren dann ein paar Ferienhäuser, so eine Ferienhaussiedlung, wo nicht viele Menschen waren. Und man hatte das Riesenproblem, dass also auch nicht mehr Leute mitkommen konnten, die Günther Guillaume überwachen konnten. Also die einzigen Personen, die im Prinzip dabei waren, waren der engere Stab von Willy Brandt, Willy Brandt selber und das gelingliche Kamerateam, was den Bundeskanzler in seinem Urlaub besucht hat. Also Journalisten im Prinzip. Die da mitgereist sind. Aber es gab niemanden, der jetzt den Spion noch überwacht hat. Und auch das war später ein Riesenkritikpunkt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann Günther Guillaume, so wird heute vermutet, wirklich sehr, sehr, sehr viel an Material sichten konnte. Was er sonst eventuell im Bundeskanzleramt in Rahmen seiner Funktion gar nicht in die Finger bekommen hätte an geheimen Unterlagen. Und der Sohn von Willy Brandt hat es später berichtet, weil er ja mit dem Pierre Guillaume dann auch befreundet war. Das waren halt Kinder und da war ja nicht viel los in diesem Norwegen Urlaub. Der hat dann auch bei den Guillaumes übernachtet und hat sich immer gewundert, warum die nachts so viel an der Schreibmaschine gesessen haben. Das sind natürlich, vermutlich handelt es sich da dann um die Berichte, die für das MFS geschrieben worden sind, von dem, was tagsüber gesichtet wurde an Material. Es ist heute wohl so, dass die Übergabe dieser Informationen im Nachgang der Norwegenreise an weitere Spione, die man als Kontaktperson bekommen hatte, gescheitert ist. Weil dann letztendlich zurück in Bonn die Überwachung doch so stark war, dass sich die DDR-Agenten nicht mehr frei bewegen konnten. Und heute geht man davon aus, dass auf der Flucht des Boten, der dann die Informationen von Guillaume dabei hatte, eine Aktentasche in den Rhein geworfen worden ist. Also all das Material, was Guillaume da in Norwegen gesammelt hat und aufgeschrieben hat, ist dann offensichtlich dann nicht in die DDR gekommen. Aber die Lage spitzte sich zunehmend zu und man war sich jetzt also sicher, dass man unbedingt die Überwachung verstärken sollte. Aber das Problem war, Guillaumes waren ja geschult und bekamen jetzt auch mit, dass sie überwacht wurden und ließen sich zunächst mal nicht mehr sonderlich viel anmerken. Trotzdem sammelten dann die westdeutschen Behörden so viel Informationen, dass man am 24. April 1974 mit einem Sondereinsatzkommando an der Wohnungstür von Günther Guillaume klingelte und ihn verhaftete und seine Frau. Und das ist auch so eine Situation, die irgendwie recht heftig ist. Also es klingelt an der Tür, die Beamten stehen vor der Tür, wollen dann eben Günther und Christel verhaften. Der Sohn weiß logischerweise von nix, ist noch ein Kind und kriegt das irgendwie so mit großen Augen mit, was da passiert. Und bei seiner Verhaftung, jetzt ist es die Frage, war es sozusagen by the book oder war es ein schwerer Fehler, sagt Günther Guillaume, ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte meine Offiziersehre zu respektieren. Das ist ein Schuldeingeständnis. Also wenn man bisher noch keine ganz konkreten stichhaltigen Beweise gehabt hat, hat man jetzt eben ein Geständnis. Und der Fall ist komplett klar. Die beiden werden mitgenommen von den Beamten, auch die Mutter von Christel zunächst und der Sohn bleibt erstmal ganz alleine und berichtet dann in einem Interview von dieser völlig abstrusen Situation, dass er dann eben alleine in der Wohnung war und ein Beamter sozusagen auf ihn aufgepasst hat, weil er ja nicht Mutterseelen alleine da in der Wohnung bleiben konnte. Genau. Eine sehr, sehr, sehr verrückte Situation. Die Frage, die sich heute gestellt wird, ist, was wäre gewesen, wenn Günther Guillaume diesen Satz nicht gesagt hatte, diesen Satz, der ihn maximal belastet hat, denn man hat natürlich dann die Wohnung durchsucht, man hat nach Spuren der Spionagetätigkeit gesucht und man hat gar nicht so viel gefunden. Das war das große Problem. Die beiden, das EPA-Guillaume hat sehr sauber gearbeitet und man konnte ihn erstmal nicht wirklich sonderlich viel nachweisen. Ich habe gerade nochmal geguckt, der Sohn unwahrscheinlich im April 17 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Also kein ganz kleines Kind mehr, aber immer noch nicht volljährig. Und in dem Prozess letztendlich war es, ja, für die Staatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwalt gar nicht so einfach. Letztendlich hat man aber dann doch das EPA-Guillaume wegen Landesverrat verurteilt. Günther Guillaume wurde zu 13 Jahren und seine Frau zu 8 Jahren Haft verurteilt. Es hat dann natürlich auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben, vorher am 7. Mai 1974, das hatten wir ja am Anfang des Themas schon gehört, tritt Willy Brandt zurück. Vielleicht dazu nochmal ein, zwei Worte. Natürlich war die Guillaume-Affäre und auch die Vorwürfe der Untätigkeit, die da im Raum standen, mit ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Brandt war aber, so berichten es seine Weggefährten, schon seit längerer Zeit amtsmüde. Also er hatte nicht mehr so den Elan, die Dinge so anzupacken, wie sie hätten angepackt werden müssen. Es gab vor allen Dingen auch wahnsinnig unangenehme Querelen in der eigenen Partei. Also so wirklich so Flügelkämpfe, Konkurrenz und Querelen mit Wehner, die ihm da wirklich auch ein Bein gestellt haben. Und 1973 dann Ölkrise, Inflation, das Land muss sich sozusagen neu ordnen und hätte da wirklich vielleicht auch jemanden gebraucht, der ein bisschen heftiger hätte anpacken können, als Brandt das auch gesundheitlich konnte. Also er hatte gesundheitliche Probleme, manche Stimmen sagen auch psychische Probleme, die da eine Rolle spielten, also wirklich so depressive Phasen auch. Kurzum, natürlich war Guillaume ein entscheidender Faktor, aber es spielten da eben auch andere Dinge eine Rolle. Und die Frage ist eben, wenn das mit Guillaume nicht aufgeflogen wäre oder wenn es gar nicht dazu gekommen wäre, wäre Willy Brandt eventuell vielleicht trotzdem dann nicht mehr in der Lage gewesen, das Kanzleramt so auszufüllen, wie er es hätte ausfüllen müssen. Also das sind natürlich jetzt alles Spekulationen, aber vielleicht nochmal der Hinweis, also es war natürlich ein politischer Skandal und hat natürlich die BRD auch in ihren Grundfesten erschüttert. Und die Menschen natürlich auch, ja, so ein Stück weit geschockt oder schockiert vielmehr, aber Brandt hatte ohnehin politische Querelen am Hals, die ihn wirklich stark beeinträchtigt haben in seiner Tätigkeit. Also du hast es gerade gesagt, die Idee der SPD-Regierung zur damaligen Zeit war ja, soziale Reformen anzustoßen, mehr für Familien zu tun, es ging um Tarifverhandlungen und man musste sich dann irgendwann der Realität der Weltpolitik der damaligen Zeit stellen. In die Zeit fielen dann die erste Ölkrise, also alles Dinge, die natürlich diesen Kurs, den man anlegen wollte, sehr, 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 sehr erschwert haben und das kam noch on top zu dem, was du schon beschrieben hast und so war es letztendlich, dass Willy Brandt seinen Rücktritt erklärte und ja. Genau, die Guillaumes haben dann ihre Strafe teilweise abgesessen, sind aber nach sechs Jahren dann sozusagen ausgetauscht worden gegen in der DDR befindliche Inhaftierte. Also man hat da tatsächlich so eine Art Gefangenenaustausch gemacht und sind dann in die DDR zurückgekehrt, sind dort mit Ehrungen überhäuft worden, ganz klar und herzlich empfangen worden. So richtig viel Glück haben sie dann aber trotzdem letztlich nicht mehr gehabt. Die beiden haben sich dann scheiden lassen, die Ehe war wohl vorher schon ziemlich zerrüttet. Und Günther Guillaume hat dann eine Geliebte geheiratet und hat dann die letzten Jahre mit ihr verbracht und ist dann 1995 gestorben. Und was ich so frappierend finde, ist, dass Christel Guillaume in einem Interview davon gesprochen hat, dass ihr Leben im Prinzip ein verpfuschtes gewesen ist. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr zu denken gegeben. Also die beiden waren sicherlich schon Menschen, die das aus Idealismus gemacht haben. Ist klar, du kannst so ein Doppelleben nicht führen, wenn du nicht irgendwie dahinter stehst und das aus Überzeugung machst. Aber dann letzten Endes, also wenn Günther Guillaume gesagt hat, ich würde das immer wieder oder ich hätte das immer wieder so gemacht, ich bereue nichts sozusagen, hat Christel eben, ist Christel zu dem Schluss gekommen, dass ihr Leben irgendwie schief gelaufen ist, mehr oder weniger. Und das finde ich schon ziemlich tragisch. Und auch so, was das Verhältnis zwischen Brandt und Guillaume oder vielmehr von Günther Guillaume zu Willy Brandt betrifft, ist eine Einordnung eigentlich bis heute nicht so ganz einfach. Also man weiß halt nicht, inwieweit hat Guillaume Brandt wirklich verehrt. Denn wir haben ja schon drüber gesprochen, also letzten Endes kam ja die Politik, die Brandt betrieben hat, der DDR sehr entgegen. Und hätte er ihn lieber weiter gestützt, hätte die DDR ihn lieber weiter gestützt, also war es furchtbar tragisch, dass er nun ausgerechnet über Guillaume auch unter anderem gestolpert ist und aus dem Amt geflogen ist. Und wie weit eben war Guillaume ein Spion durch und durch, der aus Überzeugung einfach für seinen Regime seinen Job gemacht hat. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz interessanter Fall, der auch ziemlich ambivalent ist und wo es vielleicht auch nicht nur schwarz und weiß gibt, auch wenn es natürlich bei so einer Spionageaffäre erstmal so erscheint. Aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig interessanter, interessantes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte und man kann eben an diesem Kapitel wahnsinnig viel festmachen, was eben die Nachkriegszeit auch betrifft und die Politik bis in die 70er Jahre hinein. Und dann letzten Endes natürlich auch bis dann zur Wiedervereinigung. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, sich damit zu beschäftigen und auch wichtig, um gewisse Dinge, unter denen wir heute noch leiden oder mit denen wir heute noch zu kämpfen haben, besser einordnen zu können. Stimme ich dir komplett und total zu und ein wichtiges Kapitel. Das erklärt vielleicht auch nochmal, wenn man sich die Beispiel James-Bond-Filme der damaligen Zeit anschaut, der Ost-West-Konflikt, der da in diesen Filmen natürlich völlig überhöht und karikiert dargestellt wird. Der friedvolle, gute Westen gegen den bösen Osten typischerweise. Das war tatsächlich die Zeit, in der man lebte. Und die für mich spannende Frage aus psychologischer Sicht, wie ist denn so jemand wie Günther Guillaume, der zum einen scheinbar ja real die Arbeit von Willy Brandt verehrt hat, zum anderen aber natürlich ihn verraten hat, hintergangen hat an jeder sich ihm bietenden Gelegenheit, wie man das in seiner Persönlichkeit vereinen kann. Es ist ja vielen so gegangen, auch in der DDR, also da hast du jemanden, den du als deinen besten Freund bezeichnen würdest und hinterher stellt sich heraus, der hat dich ausspioniert. Also was das auch psychologisch für Auswirkungen hat, das mag man sich fast gar nicht vorstellen. Ist auch sicherlich einer der Aspekte, warum es in den Räumen, in denen man Stasi-Akten lesen kann, durchaus das ein oder andere Mal doch auch Menschen gibt, die tief betroffen mit großem Paket Taschenbücher diese Akten lesen. Und warum es eventuell vielleicht auch nicht für jeden Sinn machen könnte, in diese Akten hineinzuschauen. Denn letztendlich war es ja innerhalb der DDR auch durchaus häufiger mal der Fall, dass sogar Ehepaare untereinander sich ausspioniert haben und Geheimnisse über den Ehepartner verraten haben. Das zeigt also, so ein totalitäres Regime ist vielleicht nicht so attraktiv wie ein freiheitlich-demokratisches System, umgedreht ist aber so ein freiheitlich-demokratisches System, wie es die BRD zur damaligen Zeit hatte, dann eben anfällig für genau solche Situationen, wie wir sie durch Günther G. Jung gehabt haben. Und ist es auch heute noch. Also wir haben ja nicht umsonst so ab 2013 diese globale NSA-Affäre. Übrigens, es gibt Stimmen, die sagen, also Angela Merkel, das Handy irgendwie, dass sie für Kommunikation mit der CDU, dass sie von der Partei quasi zur Verfügung gestellt wurde und das dann ausspioniert wurde, das sei Grund genug gewesen, dass sie hätte zurücktreten müssen, weil das ja im Prinzip genauso wie der Fall Guillaume gewesen wäre. Also das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig, da einen Vergleich zu ziehen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die globale Spionagetätigkeit, und ich wage jetzt mal ganz nonchalant zu behaupten, ab dem 11. September 2001 ein so überbordendes Ausmaß angenommen hat. Und das schlägt sich ja letzten Endes auch in dieser NSA-Affäre nieder. Übrigens da nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Briten beteiligt und vor allen Dingen auch die sogenannten Five Eyes. Also da sind durchaus noch andere Staaten, die da Informationen gerade im Netz und E-Mail-Kommunikation, ich weiß nicht was, abgreifen. Was sind denn die Five Eyes? Also unter den sogenannten Five Eyes versteht man einen Zusammenschluss der Länder Australien, Kanada, Neuseeland und UK und der USA, die also sozusagen ihre Überwachungstätigkeiten koordinieren. Also das Ganze findet in einem großen Maßstab statt. Übrigens ist nicht nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin ausgespäht und überwacht worden, sondern auch schon ihr Vorgänger Schröder. Und da ist natürlich auch Schröders Position zum Irakkrieg nicht ganz unschuldig daran, weil er sich ja gegen die Bestrebungen der USA ganz klar ausgesprochen hat. Und natürlich dann, nicht zu persona non grata, aber zumindest zu einer Anspannung der Beziehungen hat er damit beigetragen und ist dann auch zum Ziel von Überwachung geworden. Also man darf nicht so blauäugig sein und sagen, okay, damals Guillaume und natürlich haben sich DDR und BRD gegenseitig ausspioniert. Also wir leben natürlich in einem Zeitalter, wo nach dem 11. September die Spionage und Überwachungstätigkeit enorm zugenommen hat. Um den Rahmen nicht ganz zu sprengen, aber noch ein Beispiel zu geben, ist es auch heute Common Sense eigentlich in einer gewissen Szene, dass Nordkorea einen Teil seines Einkommens dadurch generiert, weil es gibt ja ein Wirtschaftsembargo. Eigentlich können die ja gar kein Einkommen mehr generieren, schon gar keine Devisen mehr bekommen. Dass es Hacker-Farmen in Nordkorea gibt, die gut ausgestattet sind, zum Teil auch außerhalb Nordkoreas agieren und die, so gibt es natürlich Stimmen, die nur so bedingt bestätigt sind, aber umgedreht dann aber auch doch in der vorgehaltenen Hand davon sprechen, amerikanische Großkonzerne gehackt haben und da größere Teile an Informationen, so wie das bei der Deutschen Bahn seiner Zeit mal war, als dann plötzlich diese roten Bildschirme aufgeploppt sind, eingeschlossen haben und die Informationen, die sie selber gar nicht hätten verwerten können, weil dafür fehlte dann die Technologie, aber gegen westliche Devisen dann wieder freigegeben haben und das scheint ein sehr, sehr lukratives Geschäftsgebiet von Nordkorea inzwischen zu sein. Also man sieht hinter den Kulissen Spionage, Abhören, all das ist Gang und Gebe und man sollte halt einfach überlegen, was man heute an Informationen ins Netz stellt, ob jeder Chat, jedes Chat-Tool, was man benutzt, dann letztendlich relevant ist, ist die Frage für internationale Geheimdienstorganisationen, aber man sollte sich, glaube ich, keine Illusion darüber machen, dass jemand, der das möchte, auch reingucken kann in die Dinge, die man ins Netz hineinschreibt, egal welcher Couleur, welcher politischen Orientierung nach oder nicht, das war in den 70er Jahren noch anders, da musste man dann Agenten tatsächlich vor Ort haben, die Papier sich angeschaut haben und ja, das haben wir hier mal aufgerollt, das Thema, die Geom-Affäre, ein spannendes Thema, ich finde ja grundsätzlich das Thema der deutschen Geschichte insgesamt auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr, sehr spannendes Kapitel, kann an der Stelle nur mal wieder den Podcast Staatsbürgerkunde erwähnen, des Kollegen Martin Fischer, der dort mit seinen Eltern zusammen ganz hautnah das Leben in der DDR beschreibt, dann auch die Flucht und die Ausreise aus der DDR, aber beziehungsweise die Ausreise dann letztendlich, Flucht wäre jetzt das falsche Wort, aber da kann man auch mal reinhören in den Podcast und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder, auch wenn es jetzt inzwischen schon 30 Jahre her ist, der Mauerfall 89, dass wir uns doch mit diesem Thema weiter auseinandersetzen und auch lernen, was es zu lernen gibt aus dieser besonderen Situation. Und jetzt müssen wir noch gucken, was mit dem Unteroffizier der Bundeswehr gewesen ist. So ist es. Wer wusste von der Beförderung und warum? Ich finde ja, warum nicht? Dann wollen wir das doch mal in Erfahrung bringen. Die Auflösung Ja, bei der Geschichte mit dem Unteroffizier und der Transitstrecke und der Beförderung zum Feldwebel handelt es sich tatsächlich um eine moderne Sage nachzulesen im Bretennich-Buch Die Ratte am Strohhalm, wer das also möchte, kann das tun und wer dieses Buch hat, also es ist auf jeden Fall wie alle Bretennich-Bücher sehr empfehlenswert. Die Geschichte zeigt natürlich so ein bisschen, wie die DDR gesehen wurde in der BRD, nämlich so wirklich so als allwissende Datenkrake, möchte ich schon fast sagen, die über alles Bescheid weiß, was im Westen passiert, bevor die Bürger im Westen das überhaupt selber wissen. Und letzten Endes ist das natürlich auch so eine Art moralische Komponente, die da eine Rolle spielt. Aber es ist auf jeden Fall eine nette kleine Geschichte, die so und in ähnlichen Varianten gerne weitererzählt wurde und eventuell auch noch wird. Ja, damit sind wir am Ende der 229. Episode von Huxilla. Bitte, 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 wir haben ganz viele Anfragen im Moment für Kooperationen, die wir machen wollen, auch also für allejenigen, die uns hören, die dann auf eine Zusage von uns warten oder auf Termin absprachen und solche Dinge, kommt alles. Wir müssen tatsächlich jetzt hier im Mai noch ein bisschen aufräumen im Hintergrund. Und ich glaube, ab der zweiten Juni-Woche könnte eine leichte Entspannung bei uns einsetzen. Das hoffe ich zumindest mal. Auch all diejenigen, die uns geschrieben haben mit Themen, Vorschlägen, wir können da im Moment einfach auf Zeitgründe nicht auf jede Mail antworten. Wir lesen alles, aber können nicht immer antworten. Und sammeln es genau und freuen uns über die vielen, vielen Vorschläge. Seid uns bitte, bitte nicht böse. Im Moment ist es einfach die Hölle gerade. Und ich will aber auch gar nicht jammern. Nee, im Gegenteil, weil das nämlich eure wunderbare Unterstützung zeigt. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns entweder finanziell oder durch Zusendung von Themen oder Kooperationsvorschlägen oder wie auch immer unterstützen. Ihr seid ganz, ganz großartig und tragt dazu bei, dass wir trotz Stress immer wieder gerne unseren Podcast fortführen. Und auch all diejenigen, die uns ganz positiv begegnet sind, also jetzt die kleinen Verzögerungen im Betriebsauflauf bekannt gegeben haben. Gut, eure lieben Posts zu lesen. So, also das nur dazu wird alles gelesen, wird alles abgearbeitet und irgendwann, Weihnachten gibt es Platz hier. Nichtsdestoweniger haben wir jetzt noch eine Sache, die wir kurz ankündigen können. Und zwar haben uns die Macher des Theaterstücks Illuminatics angeschrieben. Das ist jetzt insbesondere für alle Menschen interessant, die Anfang Juni im Ruhrgebiet Zeit haben oder im Juni im Ruhrgebiet Zeit haben. Oder sagen, ich könnte mir vorstellen, im Juni mal ins Ruhrgebiet zu fahren, um genau zu sein nach Mörs. Weil Illuminatics ist ein Theaterstück, das als Grundlage tatsächlich sich ein Stück weit an, ja, wie der Name schon sagt, ein Stückchen weit an die Buchtrilogie Illuminatus von Robert Shea und Robert Anton Wirtzen anlehnt. Wir haben ja auch ein Brettspiel zu diesem Themenkomplex vor einiger Zeit verlost. Und wir können jetzt dreimal, zweimal, nein, wir können zweimal zwei Karten verlosen für drei Termine. So wäre es, die Termine sage ich gleich nochmal. Und wir können euch gleich die Termine sagen, an denen ihr da noch teilnehmen könnt an diesem Theaterstück. Die Geschichte ist die, die der Familie Hackbart, die einen Netzkanal betreibt, der Videos mit allerlei verführungstheoretischem Inhalt verbreitet. Und auch einen Versandhandel nebenbei hat für esoterischen Bedarf. Zum Beispiel den Akasha-Kupfer-Speckstein-Säule gegen Elektrosmog, die man vertreibt. Und es geht um die Erlebnisse innerhalb dieses Web-Videokanals. Und das ist eine Geschichte, die sehr vielschichtig ist, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, die offensichtlich auch für den Deutsch- und Politikunterricht geeignet ist. Und für dieses Theaterstück können wir Karten verlosen. Die Presse, die die Premiere bisher gesehen hat, äußert sich sehr, sehr positiv darüber. Und da wir jetzt ein bisschen wenig Zeit haben und ein bisschen knapp sind, würde ich sagen, wir müssen diesmal nicht eine 14-tägliche Einsendefrist machen, sondern eine einwöchige Einsendefrist. Das heißt also, bis zum 26. Mai habt ihr Zeit, uns eine Mail zu schreiben mit dem Betreff Illuminetics. Und dann könnt ihr Karten gewinnen. Das heißt, wir werden zweimal zwei Karten verlosen. Und die Termine, die wir aktuell anbieten können, wären am 2. Juni, am 15. Juni und am 23. Juni, jeweils in Mörs. Die packen wir natürlich auch auf die Homepage. Und dann losen wir euch aus. Und ihr könnt uns dann sagen, an welchen Terminen ihr teilnehmen mögt, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die wir auslosen. Das dazu und dann hören wir uns alsbald in Bälde auch wieder hier im Podcast bei Hoaxilla. Wünschen euch eine gute Zeit da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info at hoaxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.